Einen wunderschönen guten Morgen meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News heute. Heute wird es richtig interessant, denn wir sprechen über zwei Themen rund um Cora Schumacher. Denn sie hat jetzt Frieden mit Dr. Bob geschlossen, nachdem ja Dr. Bob und sie auf Kriegsfuß waren. Wobei man muss das eigentlich ehrlich sagen, dass Cora Schumacher auf Kriegsfuß mit Dr. Bob war, weil er ja hier gesagt hat, dass sie aus keinen notwendigen medizinischen Gründen das Dschungelcamp verlassen müsste. Und die sprechen über einen Livestream, in dem 24Tim und Cora Schumacher drin war und 24Tim zu Cora gesagt hat, du darfst mir eine Frage stellen und ich beantworte sie. Und darauf wurde eine sehr intime Frage von Cora gestellt, die denn dann natürlich die Fangemeinde extrem überrascht hat, würde ich schon fast sagen. Das besprechen wir heute, bevor wir aber damit beginnen. Meine Lieben, schaut mal, es fehlen nur noch drei Abonnenten. Dann haben wir es geschafft, 28.800. Und wenn ich schaue, wie viele gerne diese Videos schauen, aber noch nicht den Kanal abonniert haben, dann haben wir noch ein bisschen Potenzial und vielleicht schaffen wir es ja heute, diese drei Abonnenten zu gewinnen und vielleicht auch die 30.000 zum 30.03. zu meinem Geburtstag. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle Bestands-Trashies für eure Treue und fürs Teilen dieser Videos. Und natürlich lade ich alle neuen Zuschauer herzlich ein, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen, meine Lieben. Gut, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir gucken einmal kurz zu Merkur.de, denn die haben diesen ganzen Dr. Bob-Zoff noch einmal aufgegriffen, beziehungsweise auch hier dieses Foto uns gezeigt. Und zwar ist es dieses hier, welches Cora Schumacher selbst gepostet hat. Und wir sehen sie und Dr. Bob glücklich vereint. Das ist doch erstmal ein schönes Bild, hätte man vor einigen Wochen nicht gedacht. Für alle Zuschauer, die nicht so ganz wissen, worum es ging, Dr. Bob hatte Cora Schumacher nach ihrem freiwilligen Auszug untersucht. Und daraufhin ihr aber auch gesagt, du Cora, sei mir nicht böse, aber es gibt keine medizinische Notwendigkeit, dass du das Dschungelcamp verlassen musstest. Daraufhin hat Cora Schumacher extrem gegen Dr. Bob geschossen. Soviel dazu. Und der Artikel, den gucken wir uns auch nochmal einmal ganz kurz an. Zitat, einer der großartigsten Menschen, Cora Schumacher postet liebevolle Worte an Dr. Bob. Nach ihrem Dschungelcamp aus hat Cora Schumacher hart gegen Dr. Bob geschossen. Laut dem TV-Arzt war der IBS-Auszug der Düsseldorferin medizinisch nicht notwendig gewesen. Doch das sah die 47-Jährige anders und wetterte gegen den Dschungelcamp-Liebling. Nun scheinen die beiden sich wieder prächtig zu verstehen, denn auf ihrem Instagram-Kanal postet Schumacher ein herzliches Foto mit dem Urwald-Arzt. Egal was die Leute sagen, für mich bist und bleibst du einer der großartigsten Menschen, die ich je getroffen habe, schreibt Cora Schumacher auf Englisch unter dem gemeinsamen Bild mit dem Dschungelcamp-Doc. Vielen Dank für den guten Honig aus deiner eigenen Farm. Ich würde sie immer noch vom ganzen Herzen gerne besuchen. Zitat Ende. Also hier scheint Cora Schumacher sich mit Dr. Bob ein bisschen wieder näher gekommen zu sein. Wir wissen ja, dass Dr. Bob so eine eigene Honigfarm hat. Das haben wir ja schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Und es gibt ja immer mal wieder auch so kleine TV-Formate, wo ehemalige Dschungelcamp-Stars mit Dr. Bob auf Reisen sind durch Australien. Vielleicht ist das ja auch etwas, was sich Cora Schumacher jetzt so ein bisschen erhofft. Ach, hallo Katzenreporter. Mit Cora Schumacher erhofft, weil sie sich jetzt so ein bisschen wieder mit ihm anfreundet. Aber ich freue mich, dass das hier in eine richtige Richtung geht. Ansonsten aber noch diese kleine Stelle. Zitat Versöhnung zwischen Cora Schumacher und Dr. Bob. Dschungelcamp-Fans freuten sich. Anscheinend sind die Wogen also wieder geglättet und die IBS-Fans freut es. Ihr zwei wundervolle Seelen. So ein tolles Foto schreibt eine begeisterte Instagram-Userin unter dem Foto. Und ein anderer stimmt ihr zu. Echt ein süßes Bild. Zitat Ende. Also das war die erste kleine Schlagzeile rund um Cora Schumacher und Dr. Bob. Dachte ich zumindest für die Zuschauer, die nicht ungern, die es nicht mögen, wenn solche Sachen im Raum stehen, hätten wir das auch geklärt. Und dann gab es eine große Schlagzeile gestern. Gab es eine große Schlagzeile gestern in der Bild. Ein Bild-Plus-Artikel. Ihr wisst, Bild-Plus kann ich euch hier nicht vorstellen, weil es hinter einer Bezahlschranke ist. Aber ich habe den Artikel gelesen und einen Vergleichsartikel rausgesucht. Und das ist im Prinzip dieser hier. Hier geht es darum, und eigentlich ist es ja keine Neuinformationen, Dschungelcampstar Kim Virginia und 24Tim daten miteinander und hatten Schwubiloop. So können wir das übersetzen. Und hier, und das ist ganz spannend, hat auch Cora Schumacher ihre Fingerchen im Spiel. Deswegen passt diese Schlagzeile ganz gut zu unserer Berichterstattung, denn Cora Schumacher und 24Tim waren zusammen live. Und das werde ich euch mal ganz kurz einmal zeigen. Und dann auch die Frage, die Cora Schumacher 24Tim gestellt hat. Und ich fand nicht, dass ich jetzt hier Cora Schumacher etwas unterstellen möchte. Ich fand diese ganze Kim und Tim Dating Geschichte ja eh schon sehr, sehr merkwürdig. Und alles irgendwie so nach Drehbuch. Ja, sind wir mal ehrlich, irgendwie klang das alles so ein bisschen nach Drehbuch. Und jetzt auch eine Cora Schumacher für diese ganze Geschichte mit instrumentalisiert zu haben, das fand ich schon sehr, sehr eigenartig. Wir gehen noch mal kurz in den Artikel rein, zum Start in den Morgen, denn ich glaube, das könnte den ein oder anderen auch noch ein bisschen interessieren. Nach Schwubiloop beichte Dschungelcampstar Kim Virginia und 24Tim daten sich. 24Tim und seine ehemalige Dschungelcamp-Konkurrentin Kim Virginia wurden bereits beim Knutschen gesichtet. Zudem erzählte der IBS-Star auch noch weitere bekannte Details. Zwischen ihm und Kim lief schon mehr als ein Kuss. Im Livestream auf Instagram gibt der 23-jährige TikTok-Star zu. Er und Kim Virginia hatten Schwubiloop. Und das war so ein bisschen diese Geschichte. Und das ist, denke ich mal, ganz interessant. Zitat, doch nicht nur das. Auch Kim Virginia spricht nun über das Verhältnis zu ihrem Dschungelkollegen Tim. Und das scheint mehr als bloße Bettgeschichte zu sein. Kim Virginia und Tim schauen, wo die Reise hinführt. Gegenüber Bild verriet die 28-Jährige nun. Tim und Kim, das ist nicht nur Knutschen, das war alles eher spaßmäßig am Anfang. Aber er hat mir gefallen und ich ihm offensichtlich auch. Nach Karneval haben wir das zwischen uns ernst genommen. Und dann hatten wir halt was. Dann hatten wir Schwubiloop. Die beiden Tote Tauben verstanden sich schon im Dschungel super. Konnten dort eine gute Connection aufbauen. Danach kommt Kim sogar ins Schwärmen und erzählt, er, ein super offenherziger Mensch, der mich nicht verurteilt. Im Dschungelcamp waren wir eher freundschaftlich unterwegs. Und da hat er mir schon am besten gefallen von den Campern. Das ist eine Aussage, die hat sie im Camp niemals getätigt. Ganz im Gegenteil. Sie haben zwar über Männer gesprochen, ja. Aber dass Tim ihr von allen mit am besten gefallen hat, das finde ich, was das Beuteschema von Kim Virginia betrifft, dann doch etwas merkwürdig. Ja, wir lesen mal weiter. Wir hatten super viele tiefe Gespräche und er hat einfach eine absolute positive Art. Es scheint der ehemaligen Flugbegleiterin also ernst zu sein. Doch sind die beiden bereits ein Paar. Soweit scheint es noch nicht zu sein. Wir lernen uns jetzt kennen. Und dann schauen wir, wo die Reise hinführt. Zitat Ende. Und jetzt wird es ganz interessant, denn auch Cora Schumacher ist in diesem ganzen Prozess verwickelt. Und da möchte ich euch nochmal ganz kurz die Stelle von Cora Schumacher zitieren. Denn 24Tim packt im Livestream über Bettgeschichte mit Kim Virginia aus. Während das große Nachspiel mit allen Dschungelcamp-Kandidaten und dem Moderatorin-Team Sonja und Jan bei RTL läuft, ist Tim für seine 2,7 Millionen Follower auf Instagram live und spricht über die Geschehnisse der Show und auch darüber, was danach geschah. Auch Cora Schumacher, die ebenfalls mit Tim im Dschungel war, schaltet sich dazu und unterhält sich mit Tim. Du darfst mir eine einzige Frage stellen und ich werde sie dir beantworten, egal was es ist, schlägt Tim Cora vor. Cora fackelt nicht lange und fragt sofort, was bestimmt auch viele Fans interessieren dürfte. Hattest du Schwule Loop mit Kim? Will die 47-Jährige wissen, ja, hatte ich, gibt der 23-Jährige ehrlich zu. Für Tim scheinbar kein großes Ding. Das war's, fragt er nach seiner Antwort. Zitat Ende. Und jetzt geht es so ein bisschen um das Knutsch-Video, beziehungsweise um das, was viele Fans vermuten, diese PR-Strategie. Aber das haben wir hier alles schon aufgebaut. Allerdings hat für unsere Berichterstattung noch genau dieser Baustein so ein bisschen gefehlt. Nämlich die komplette Aussage, dass Tim das nun auch bestätigt hat, dass er und Kim miteinander nun wirklich was hatten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das mag ich nicht so beurteilen. Fakt für mich ist aber, wenn, beide sind Single, beide können sich hier wirklich frei verhalten und so viel Liebe machen, wie sie wollen. Damit habe ich persönlich gar kein Problem. Womit ich persönlich eher ein Problem hatte, war das, was Kim Virginia über Mike erzählt hat. Das war ein großes Problem, was ich hatte. Aber wenn Tim und Kim miteinander glücklich sind und das alles wirklich stimmen sollte, mein Segen haben sie und sollen glücklich sein. Ich persönlich freue mich und das ist, glaube ich, der große Punkt dieser Schlagzeile. Ich persönlich freue mich, dass Dr. Bob und Cora Schumacher ein bisschen Frieden miteinander geschlossen haben. Denn ich finde, Dr. Bob gehört einfach mit zum Dschungelcamp dazu und ich finde den eigentlich auch ganz cool. Ja, das ist so meine kleine, meine kleine Trash-News-Note, die ich heute für euch habe. Keine großen Informationen, aber wie ich finde, doch kleine, wichtige Randinformationen. Und denkt dran, oftmals liegt die Wahrheit im Verborgenen. Man muss nur gründlich nach ihr suchen und vielleicht werden uns diese kleinen Trash-Informationen auch noch in Zukunft ein bisschen helfen. Denn eins ist klar, die ganze Trash-Geschichten werden weitergehen, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns aber wieder heute um 11 Uhr zu einem weiteren Video und natürlich um 15 Uhr. Es lohnt sich also dran zu bleiben und den Kanal zu abonnieren. Und denkt dran, vielleicht schaffen wir es, die letzten drei Abonnenten zu gewinnen für 28.800. Meine Lieben, beide sind wir eine ganz große Trash-Familie. Macht es gut. Tschüss.